Dagmar Manzel, Sternchen 1. September 1958 in Berlin Friedrichshagen, ist eine deutsche Schauspielerin, Sängerin und Hörspielsprecherin. Leben, Herkunft und Ausbildung Dagmar Manzel ist die Tochter des Lehrerehepaars Paul und Anne-Marie Manzel. Nach dem Abitur an der Alexander-von-Humboldt-Oberschule in Köpenick wurde sie von 1977 bis 1980 an der staatlichen Schauspielschule Berlin im Schauspiel ausgebildet. Bereits im zweiten Studienjahr spielte sie in einer vom Fernsehen aufgezeichneten Inszenierung des Urfaust. Privates Dagmar Manzel war in erster Ehe mit dem Schauspieler Markus Kalow und in zweiter Ehe mit dem Schauspieler, Maler und Lyriker Robert Galinowski verheiratet. Aus ihrer Beziehung mit dem Schauspieler Peter Mario Grau entstammt die gemeinsame Tochter Clara Manzel. Karriere Theater 1980 erhielt sie ein Engagement am Staatstheater Dresden und 1983 am Deutschen Theater Berlin, das bald zu ihrer künstlerischen Heimat wurde. Von 1983 bis 2001 gehörte sie dem Haus als festes Ensemble Mitglied an und arbeitete in dieser Zeit unter anderem mit Regisseuren wie Thomas Langhoff, Heiner Müller, Thomas Schulte-Michels und Frank Kasthoff zusammen. Neben ihrer schauspielerischen Tätigkeit tritt sie als Gast auch immer wieder in Musiktheaterproduktionen auf. So übernahm sie 2002 die Titelrolle in Thomas Schulte-Michels Inszenierung von Jacques Offenbachs Operette Die Großherzogin von Gerolstein am Deutschen Theater Berlin und spielte ebenfalls die Hauptrolle in seiner Inszenierung von Offenbachs Operette La Perichole 2008 am Berliner Ensemble. Im Herbst 2004 spielte Dagmar Manzel an der Komischen Oper Berlin die weibliche Hauptrolle in Steffen Sontheims Musical Sweeney Todd unter der Regie von Christopher Bond, auf dessen Vorlage Sontheims Stück ursprünglich basiert. Ab 2012 stand sie mit sieben Songs, Die sieben Todsünden auf der Bühne der Komischen Oper Berlin. In der Operette Ball im Savoy, ebenso in der Komischen Oper Berlin, spielt sie seit 2013 die Rolle der Madeleine de Faublas. Seit 2016 steht sie als Kleopatra, Königin von Ägypten in der Operette Die Perlen der Kleopatra auf der Bühne der Komischen Oper Berlin. Film und Fernsehen Nachdem Manzel 1979 ihr Fernsehdebüt in einer vom Fernsehen aufgezeichneten Inszenierung des Urfaust gab, war sie ab Anfang der 1980er Jahre regelmäßig in Film und Fernsehen zu sehen. 1986 war Manzel in Bernd Böhlichs Literaturverfilmung Der junge Herr Sigmund, die auf der im Jahre 1796 erschienenen Erzählung die beiden merkwürdigsten Tage aus Sigmunds Leben von Ludwig Thieg basiert, an der Seite von Florian Martens als rätselhaftes »Freudenmädchen« zu sehen. Im selben Jahr spielte sie unter der Regie von Heiner Caro eine der Hauptrollen in dem DEFA-Filmdrama »So viel Träume«, der bei den 37. Internationalen Filmfestspielen Berlin aufgeführt wurde. Caro besetzte sie 1989 auch in dem Spielfilm »Coming Out«, dem letzten DEFA-Kinofilm vor dem Mauerfall, neben Matthias Freihoff in der Hauptrolle als Lehrerin Tanja, die mit ihrem Kollegen eine Beziehung eingeht, ohne zu wissen, dass dieser homosexuell orientiert ist. Sie gastierte zudem mehrfach in den Krimireihen »Der Staatsanwalt hat das Wort« und »Polizeiruf 110«. Nach der Wende konnte sie nahtlos an ihre Karriere in der DDR anknüpfen. In »Helmut Dietels Stonk« agierte sie 1992 in der Nebenrolle der Bicky Knobel, »Der Ehefrau des Fälschers«. Für ihre Rolle der Dorit Meißen in »Die Apothekerin von Rainer Kaufmann« wurde sie 1997 für den Deutschen Filmpreis als »Beste Nebendarstellerin« nominiert. 1998 war sie in dem Dreiteiler der Laden, nach einer Vorlage von Erwin Strittmatter, als die brandenburgische Bäckerin Mutter Matt, die eigentlich Seiltänzerin werden wollte und mit ihrem Leben nicht sonderlich zufrieden scheint, zu sehen. 1999 spielte sie die Ehefrau des von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen Literaturprofessors Viktor Klemperer in der zwölfteiligen Fernsehserie »Klemperer« »Ein Leben in Deutschland«. Für ihre dortige schauspielerische Leistung erhielt sie 2000 den Deutschen Filmpreis in der Kategorie »Beste Schauspielerin«-Serie. 2000 war Manzel in dem Spielfilm »Crazy« als Mutter Juliane des von Robert Stadlober dargestellten Hauptprotagonisten Benjamin Lebert auf der Kinoleinwand zu sehen. 2002 spielte sie neben Ulrich Mühe in der Verwechslungskomödie »Göbbels« und geduldig die Rolle der Grete Zipfel. Ihre Rolle der an Brustkrebs erkrankten Manja Grüneberg in Kai Wessels Fernsehdrama »Leben wäre schön« brachte ihr 2004 den Adolf-Grimme-Preis und den Bayerischen Fernsehpreis ein. 2007 spielte Manzel an der Seite von Christine Schorn und Kirsten Block die gescheiterte Rocksängerin Anne, die anlässlich einer Geburtstagsfeier ihrer Mutter in ihr Heimatdorf zurückkehrt. 2008 war sie in Thorsten Neters Fernsehfilm »Bloch«, die blaue Stunde in der Rolle der unter einer Zwangsstörung leidenden Schriftstellerin Heide Welk zu sehen. Eine weitere Zusammenarbeit mit Neta erfolgte 2013 mit dem Spielfilm »Mord nach Zahlen«, in der sie eine Hamburger Versicherungsangestellte und promovierte Mathematikerin spielt, die für ihren neuen Chef im Außendienst ermitteln soll, um den Fall des Unternehmers Markus Bieler zu untersuchen. 2012 wurde sie für ihre Nebenrolle in Christian Schwochhoffs Drama »Die Unsichtbare« mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Seit 2015 ist Manzel an der Seite von Fabian Hinrichs im zweiten Tator-Team des Bayerischen Rundfunks, das in Franken ermittelt, als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn zu sehen. In der Tragikomödie »Besuch für Emma« von Ingo Rasper spielte sie 2015 die schlitzohrige Kassiererin Emma Besko, die sich mit dem Obdachlosen August von Zinnerberg anfreundet. Für diese Rolle bekam sie 2016 den Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen in der Kategorie »Schauspielerin« »Hauptrolle«. 2019 besetzte sie Rasper erneut für seine Filmproduktion »Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester als brandenburgische Bäuerin Jutta Polmann«, an der Seite von Axel Prahl. In der ZDF-Verfilmung von Julizes Gesellschaftsroman Unterleuten »Das zerrissene Dorf«, die im März 2020 erstmals im Fernsehen gezeigt wurde, übernahm sie die Rolle der Hilde Kessler. Im selben Jahr wirkte sie in Rosa von Braunheims Film »Operndiven«, »Operntunden« mit, der erstmals auf Arte ausgestrahlt wurde. Seit 1994 ist Dagmar Manzel Mitglied der Akademie der Künste Berlin. Hörspielarbeiten Dagmar Manzel betätigt sich auch als Hörspielsprecherin. 2001 las sie gemeinsam mit seinen Schauspielkollegen Otto Sander, Ulrich Mühe und Katharina Thalbach im Rahmen von »Die Lieblingsgedichte der Deutschen«. 100 Gedichte Mehrere Gedichte Ein »U. A. Stufen von Hermann Hesse. Auszeichnungen 1980, Darstellerpreis für Jutta und die Kinder von Damutz 1991, Kunstpreis der Stadt Berlin 1994, Deutscher Kritikerpreis 2000, Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie Beste Schauspielerin-Serie für Klemperer 2004, Adolf Grimme-Preis für Leben wäre schön 2004, Bayerischer Fernsehpreis für Leben wäre schön 2006, Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie Beste Schauspielerin-Fernsehfilm für Als der Fremde kam und Die Nachrichten 2009, Berliner Bär 2012, Deutscher Schauspielerpreis in der Kategorie Weibliche Nebenrolle für Zettel und die Unsichtbare 2012, Deutscher Filmpreis in der Kategorie Weibliche Nebenrolle für die Unsichtbare 2014, Deutscher Theaterpreis der Faust in der Kategorie Beste darstellerische Leistung im Schauspiel für Gift 2016, Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen in der Kategorie Schauspielerin, Hauptrolle für Besuch für Emma 2017, Paula Filmpreis 2017, Goldener Vorhang für ihre Rollen in Glückliche Tage und Gift am Deutschen Theater Berlin und die Perlen der Kleopatra an der komischen Oper Berlin.